Toxic Games Die Leute in den letzten Part nicht gesehen haben Und befinden uns jetzt da Und da kommt gleich was durch, glaube ich Das sieht man aber schon im letzten Part Ja, diese Lecks, die sieht man auch schon im letzten Part Die sind nicht neu Und ja, ich würde sie auch nicht so gerne wiederholen Aber es ist passiert halt Mann, geht doch Badam Boah Nein, man guckt nicht hin, wo das Ding eingeschlagen ist Oder so Mit den Dingern kann man nix machen, okay Aber man kann hier weitergehen Ich hab jetzt echt so ein Gefühl Auch wenn das nix mit Portal 2 zu tun hat Ah, super Jetzt fühlt man sich ja auch echt sicher Also das hat nix mit Portal zu tun Aber Ja, lol Jetzt stört es uns wenigstens nicht mehr Ja, wir kommen auch nicht an den Cube ran Also ich weiß nicht, ob man damit was machen könnte Aber für den Fall das Es funktioniert nicht Ich weiß ja nicht, ob wir das darüber schaffen Uah Nö, war klar Kann man den? Nö, schade Und wir hängen fest Ganz cool Aha, okay Da kommen wir garantiert nicht hoch Ja, fuu, doch einfach Mann Ja toll, hier kommt man wieder hoch War ja klar Diese Blöcke kann man auch nicht mitnehmen Oder so Was passiert, wenn man dagegen springt? Nichts Aha Wie cool Das ist ja echt cool Ja, schön Verstehe Okay Ganz ehrlich Ich hab echt keinen Bock Da runter zu gehen Und es fährt runter Sieht man hier schon was? Nein Man sieht nichts Mano Ah Es ist sowieso alles kaputt Und ich weiß nicht was Uah Oh Gott Ja, ich hab diese hektischen Handbewegungen gerade Das, das, das muss einfach sein Das ist Oh gosh Hier ist so viel kaputt Warum ist hier so viel kaputt? Was soll denn die Scheiße? Meine Hände Oh lol Oh lol Okay Ich bekomme aber keinen Schaden, wenn ich dagegen komme Oder so Aber ich weiß auch ganz ehrlich nicht, was ich jetzt hier tun soll Ich meine, was bringt das denn? Wenn ich zum Beispiel Hier hochfahre Kann ich mich da vielleicht dran festhalten? Null kann ich nicht Aha Und was bringt das? Achso Ah, ja, okay Logisch Ja, fuck Das war What the fuck What the fuck Oh mein gosh Okay Okay, das Spiel wird episch Was ist das? Okay Na komm schon Na, das schwingt nicht dagegen Vielleicht tut's das ja, wenn ich den mache Ach da, stimmt Tja Das hilft da vielleicht auch Aha Und es lägt Warum lägt's? Warum jetzt? Das ist doch Naaah Mann, dieses Lägen ist echt unnötig Also wenn's nach mir ginge, dann müsste das nicht unbedingt sein Ja, dann jetzt dahin So, ne Na toll, das hat's auch vorher gebracht Vielleicht bringt's ja eher was, wenn ich jetzt dahin fahre Okay, das tut's nicht Vielleicht jetzt Komm schon Mann, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit Es geht nicht Es geht einfach nicht Was ist denn da unten? Ein Lichtblock Ah, puh Egal, man kann ja wieder hoch Das ist, das ist schön Tja, also ich glaub wir brauchten den Lichtblock Also diesen Block bloß Um den anzubekommen Aber den brauchten wir wofür? Na Vielleicht hilft das ja Keine Ahnung wobei Aber vielleicht hilft das Einfach mal ausprobieren Nö, tut's nicht War ja klar Ne Wie hätte es auch sonst sein sollen Ach Mann Das ist doch Das regt mich grad auf Nö, hilft nicht Man kann auch nichts machen hier, ne Mann Das ist doch kacke Wartet mal, ich hab ne Idee Vielleicht bringt es hier irgendetwas Oder vielleicht schwingt das besonders Wenn wir jetzt zurückgehen Dann direkt nach da Aha Okay, okay Gut, jetzt haben wir das schon mal So Der ist auch los Sehr schön Der kann weg Und bringt den letzten an Yay Was bringt uns das jetzt? Tja Meine lieben Zuschauer Das ist eine echt gute Frage Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer Was uns das jetzt bringen soll Ähm Was passiert Genau, wenn wir da runterfallen Dann fallen wir einfach runter Bleiben da liegen Macht nix weiter Wir haben ja keinen Bock Da zu spielen oder weiter zu kommen Mann, was soll das? Ich red mich gerade richtig drüber auf Aber ich glaub das ist Und Ich glaub das bemerkt man einfach So Aber wofür ist der da? Ja, ist ja bei ihm Oh, ich seh grad auf meinem zweiten Screen Das ist grad ein Video hochgeladen worden Oh cool Ich mag diese Würfel Aber ich hab keinen blassen Schimmer Was ich damit anstellen soll Soll ich die mitnehmen oder was? Ach, keine Ahnung Ich lauf mal weiter Weiß echt nicht, was das hier soll Hier sind überall solche Dinger Wie wenn man diese Dinger hier hochbringen muss Irgendwie Das wird mich jetzt richtig aufregen Oh nö, es geht weiter Ah Hoffe ich zumindest Okay Das geht wohl automatisch diesen Weg Ja, ist logisch Wenn man jetzt den hochnimmt Dass er da hängen bleibt Und dann noch da geht Aber warum sollte er noch da gehen? Lol Es laggt Yeah Wuhu Finden wir auch super cool Wir können ja während dieser Zeit dann einfach Wir können einfach nichts machen Okay Ähm Ich hab keinen blassen Schimmer Was das soll Ah Jetzt hab ich's So Das dürfte die Lösung Unseres Problems sein Yes Hmm Hmm Oh, es leckt. Ich mag es nicht, wenn es leckt. Wisst ihr das? Mann, ist das kompliziert. Wir müssen den irgendwie dazu bekommen, dass er da hingeht. Zu dem blauen. Oder? Wo muss er denn hin? Ich glaube zumindest, dass er da hin muss. Oder? Ich glaube zumindest, dass er da hin muss. Ich habe keine bestimmte Taktik oder so. Ich weiß davon nicht weiter. Aha. Verdammt. Hier habe ich den nochmal da hinbekommen. So, warten. Weiter. Gegen. Und weg. Okay, cool. Auch schön. Ähm. Ja, tut mir leid, wenn ich so wenig rede. Ich bin, wie gesagt, ich bin gerade total... Perplex. What the fuck? Oh, wie geil. Das ist ja richtig cool gemacht hier. Also dieses Blinken der Blöcke bedeutet wohl, dass man die, während sie blinken nicht, also während die Kugel drauf zufliegt, kann man sie nicht benutzen, verwenden. Boah, was auch immer. Fuck. Da, okay. Aber gut, jetzt könnte ich wenigstens gerade mal sehen, dass da unten noch eine Kugel ist. Boah, noch so eine Fläche, meine ich, die es zum Lecken bringt. Ist ja okay. Meine Güte. Darf ich jetzt bitte? Dankeschön. Ach, puh. Jetzt sehe ich gar nicht, was passiert. Ich fliege da rüber. Tadam, zurück. Mann! Tada, sie wurde ausgedrext. Und kommt jetzt auf die Fläche und fliegt hoch. Wupp, und das Ding haut dann wieder die Wand ein. Badam. Badam, badam. Kann mir das Ding eigentlich irgendwas antun? Nö, man kann gar nicht sterben oder so. Ist ja irgendwie langweilig, ne? Aber auch cool. Wo kommt die her? Aus irgendeinem Raum, wo versucht wird, die Dinger schweben zu halten. Und wo sind sie hin? Und in einen anderen Raum. Ich glaube, ich muss hier rein. Hier sucht einer wieder den Weg. Was ist das, wenn wir das anmachen? Dann passiert erstmal gar nichts. So, den an. Den an. Den an. Kreislaufprobleme. Den runterlassen und so machen. Achso, ja cool. Das war ja gar nicht so schwer. Tja, schön. Was muss ich denn denn machen in dem Moment? Oh maaaannnnn. Das verwirrt mich gerade richtig heftig. Das ist, das ist schlimm. Verdammt. Ja, ich glaube, ich hab's. Fuck no. Verdammt, das war falsch. So, jetzt aber. Darüber und dann dahin. Ja. Und mach die Wand kaputt. Mach sie kaputt. Mach sie kaputt für mich. Los, geh durch. Bäm. Sehr schön. Folgt der mir, oder? Ne, der sucht einen Weg. Okay. Die hier sind irgendwie filmmäßig in der Wand drin. Schade eigentlich. Und das seh ich echt nicht gern. Oh Gott. Die haben sogar Kinder. Kleine, kleine Kugelbabys. Und das lagt. Nicht mehr. Haha. So, dann gehen wir mal hoch da. Oh man, ist das eng. Das ist, find ich aber cool gemacht. Also, dass man wirklich durch so kleine Spalten noch weiterkommt. Das find ich nicht so cool. Dass einfach so wieder zugemacht wird. Da kann man jetzt auch nicht mehr lang. Also gehen wir da lang. Hey, es funktioniert. Das ist doch das Bild, was man am Anfang sieht. Das Titel. Gedöns. Dingsbums. Boah, wie geil. Wie cool ist das denn? Oh cool. Schön. Und was passiert? Rein gar nichts, wenn wir da reinfliegen. Oh, es wird gespeichert. Auch lange nicht mehr gesehen. Oh Gott. Ich muss niesen. Ich muss. Oh Gott. Boah, es tut mir leid. Ich hab schon das Headset abgenommen und das Mikrofon weggehalten. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber es laggt. Wahrscheinlich hat Flaps für sich selbst kurz die Aufnahme angehalten, damit es auch mal eben niesen kann. Ah, es geht wieder. War jetzt wahrscheinlich sauer, dass ich drauf gekommen bin. Das sind Glasblöcke oder so. Die sind echt episch. Das ist ja noch relativ logisch, oder? Was ist mit dem Block da oben? Das ist irgendwie schief. Ich geh mal hier hin. Vielleicht seh ich ja von hier aus. Naja. Cool. So, was passiert denn? Mit dem Strom da wegnehmen und da hinleuchten. Ja. Achso. Okay. Warte mal, wie ist mit dem? Dem. Und dem. Yay. Na, da geht's hoch. Schön. Es wird wieder gespeichert. Hoho. Gut, dass gespeichert wurde. Ich mein, man kann zwar nicht verrecken, aber wenn, dann wäre das jetzt echt ein doofer Zeitpunkt gewesen. Äh, ein passender. So. Okay. Drrrrt. Wir gehen mal weiter. Schauen wir uns hier um. Hier ist nichts außer ein dickes Wetterstkabel. Oh mein gosh. Und hier ist wieder so viel Wirrwarr. Äh. Links. So. Logisch. Noch da. Okay, hier kann man irgendwie zweimal weiter. Äh. Ähm. Ich mach jetzt einfach mal nur nach Gefühl so, ne? Ja, okay, hier geht's schon mal nicht. Das heißt, ich müsste vielleicht in diese Richtung. Wo bin ich denn falsch abgebogen? Bin ich hier vielleicht falsch? Nee. Kann ich nicht falsch sein. Vielleicht kann ich ja hier noch in die andere Richtung. Muss da lang, genau. Oh yeah. Jetzt hab ich schon mal so einen komischen Cube. Jetzt will ich aber noch weiter. Ein schwebender, grüner Cube. Muss ich wahrscheinlich auch gegenleuchten. Ähm. Äh, wo bin ich denn? Ach so, ja. Ich hab auf den geleuchtet. Schön. Äh. Zu dem komm ich zum Beispiel gar nicht. Ja gut, dann versuch ich einfach mal weiter diese anderen Dinger hier. Das geht nicht. Es lächelt. Ja, ich sollte vielleicht mal wieder Platz auf meiner Festplatte schaffen. Das sind auch nur diese Glasblöcke irgendwie hier. So. Ähm. Ja, also wie gesagt, Platz auf meiner Festplatte schaffen. Vielleicht hilft das ja irgendwie weiter. Kann ich vielleicht den hier in eine andere Richtung? Ja, machen wir einfach mal nach nach andere Richtung. Äh. Links. Ja, ist richtig. So, den in eine andere Richtung. Den da hin. Den nach da. Den nach da. Und das müsste es doch sein. Ja, puh. Ach, fickt euch doch. Was soll denn die Kacke? Warum geht denn das jetzt nicht? Na, ich hab den da nicht. Ja, kann ich denn zu dem? Aha. Und auf einmal klappt das. Ja, egal. So, schnell weiter, bevor sich das Spiel es sich wieder anders überlegt. Äh, bevor es das... Bevor sich das Spiel es wieder anders überlegt. Wow. Es speichert und laggt. Wie cool. Es hat kurz geruckelt. Yay. Komm schon. So, und weiter. Na, wo ist das? Da. Yay. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das würde ich am liebsten nochmal machen, aber ohne Legs. Lol. Gut, dass man Strom nichts anhaben kann in dem Spiel. Das wäre nämlich echt Kacke. Oh, nö. Oh, wieder dieses Licht. Achso, das ist das Gleiche. Ach, cool. Oh, yeah. Das wird ja was. Oh, meine Güte. Was? Ah. Okay, dann bewegen wir ihn einfach mal so weit wie wir können. Achso, ja, cool. 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 So, jetzt wollen wir aber nicht, dass der direkt wieder runterfällt. Achso. Ja, das ist natürlich cool gemacht. Jetzt warten wir auf den richtigen Zeitpunkt. Na. So. Tada. So. So langsam könnte der Part auch mal wieder vorbei sein. Ich bin nämlich jetzt auch schon wieder fast eine halbe Stunde dran. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Tut mir leid, aber ich habe echt Durst, man. Kehle ist trocken und, äh. Gerade dieses, äh, beschreibt wirklich auch im Detail genau, wie ich mich fühle. Ja, ähm, weiter geht's. Budub, 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 budub. Uah. Schon wieder wird zugemacht. Kaputter. Ball. Kaputtos Kugel. Ich gehe einfach mal weiter, ne. Ich weiß ja nicht, ob man hier noch irgendwas von irgendwie braucht. Scheinbar nicht, sonst wäre die Tür nicht zugegangen. Ah. Also hier wäre es aber praktisch, wenn man durchschießen könnte. Vielleicht muss man das ja auch. Ja, ich glaube schon. Achso, hier ist wieder so eine Platte drauf. Ja, cool. Und was bringt das Ding? Kann man das bewegen? Mit irgendetwas? Irgendwie? Da ist wieder dieser Cube. Der muss, ah, der muss wahrscheinlich hier dran. Und wird dann dahin bewegt. Oder nicht? Oder? Komm schon. Oh nein. Der Marcel, mit dem ich die ganze Zeit geschrieben hab und so, der ist jetzt, äh. Offline begangen. Hey, wie hole ich den denn da wieder raus? Ja, gar nicht, was so wie es aussieht. Okay, also wieder zurück. Ah, ich muss da irgendwas machen können. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann hier einfach nichts tun. Der wird da einfach immer wieder runtergekickt. Nö. Ist mir doch zu doof hier. Was bringt das? Auch nichts. Na. So, und was bringt das, wenn ich den in der Mitte schieße? Ähm. Ja, ist nichts mit, ja, Kacke. Das ist doof. Ich will nicht mehr spielen. Ey, 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 das war jetzt nicht so ernst gemeint. Hör auf zu lecken. Scheiße. Okay, ich sollte aufhören damit, dass das irgendwie jetzt so laut zu sagen. Ähm. Ich komm einfach nicht weiter. Oh, tut mir leid. Oh, pup, pup, pup. Was kann man denn alles hier machen? Nichts weiter. Das ist wahrscheinlich da, um den dann später hochzutreiben. Damit er dadurch Licht macht, Licht schießt, Licht projiziert, wie auch immer. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Mann. Ich kann nicht auch nichts machen. Das ist nö, das ist auch kacke. Oh Gott. Ich versteh's nicht. Ganz ehrlich. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ich bin... Der Falsche dafür. Ich kann auch nicht mal dieses Ding hier irgendwie... ...bewegen. Mann, ey. Ach doch, cool. Damit konnte ich's bewirken. Aha. Ja, lol. Find ich cool. Hat das noch was bewirkt? Aha. Meine Güte, wie konnte ich so blind sein? Jetzt mal ohne Mist. Das ist doch... Oh Gott. Ähm. Ich probier's jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaub aber schon. Sieht nämlich echt gut aus. Ja. Und jetzt gleich da unten weiter. Komm, 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 komm. Nein. Äh, da wurde so schief geschoben. Aha. I did it. I did it. I defeated the... ...game. Or whatever. So, was hat das jetzt ausgelöst? Ist irgendwo wieder was offen? Ah ja, dahin leuchtet jetzt Licht. Ich glaub, wir müssen mal da lang. Jo, ist speichert. Juhu! Das find ich immer so geil. Sind wir hier nicht grad schon durchgegangen? Oh ne, sind wir nicht. Boah. Das ist cool. Das ist echt, echt cool. Magnete. Oh cool. Und was... Okay, die ziehen wirklich alle an. Die ziehen alle an. Okay, wir haben vier Blöcke. Ja. Und vier Lichtstrahlen. Wie zum Teufel schaffen wir es jetzt, alle vier Blöcke zu teilen? Nee. Fuck. 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 So sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt erstmal in die Richtung. Na? Na? Na, es war etwas zu viel. So. Jetzt in diese Richtung. Hm. Schade. Ich glaub, meine Planung war gar nicht so schlecht. Aber es funktioniert nicht. Weiter in die Richtung. Würde sowieso nicht funktionieren. Sehe ich grad. Oh Gott. Ach Gottchen. So, alles neu. Äh. Was ist denn jetzt noch an? Man hört immer noch dieses nervige Geräusch. Ach man, ist ja gut. So nervig war es jetzt auch nicht. Ich find's cool, dass ihr euch dazu entschieden habt, genau diesen Ton dafür auszuwählen, dass man da hingezogen wird. Bitte schön. Hab ich gern gesagt. Hm. Weil mal funktioniert das. Ich glaub, wir kommen da irgendwie durch später. 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 Wann ist später? Keine Ahnung. Irgendwann, wenn ich das hier geschafft hab. Meine Fresse. Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub, ich hab's gleich. Ich weiß, Glauben gehört in die Kirche und ihr sitzt grad vorm Bildschirm, aber trotzdem. Nö. Wir müssen es schaffen, diesen Cube irgendwie mit dem zu vertauschen. Oder hier. Und das versuch ich jetzt mal. Das war zu viel. Ne, richtig. Bitte. Fuck. So sollte das nicht gedacht sein. Also so war das nicht gedacht, mein ich. So, jetzt erstmal beide zurück. Ne, Moment. Das sieht gut aus. So. Ein kurzer Leck und es geht weiter. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Wie cool. Es geht. Oh Gott. Nicht aufgehen. Ach so. Ja, dann doch. Dafür ist das okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier runter... Oh, Mann. Keine Lust mehr. Es wurde gespeichert. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Wie soll ich das jetzt machen? Ähm. Es ist nur ein Versuch. Okay? Nur ein Versuch. Kann man... Ja, kann man. Okay. Ähm. Das ist so schwer, die zu sortieren. Wisst ihr was, Leute? Das ist mir jetzt schon eh viel zu lang. Jetzt gucke ich auch mal ein SMS durch. So. Oh. Meine Freundin. Ja, zurück zum Spiel. Ähm. Genau. Scary Geräusche und so. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Ich habe gerade keine Lösung dafür. Und ganz ehrlich, bei mir liegen die Nerven auch blank. Und ich vermute auch mal, wenn ich das hier durchmache, ist das wahrscheinlich vorbei. Aber das war es fürs Erste. Ich hoffe, es reicht euch. Das sind jetzt deutlich mehr als 30 Minuten. Und ich werde das jetzt über Nacht gerendert haben. Ja, stimmt. Für euch ist das ja alles schon erledigt. Also, ich werde das gerendert haben. Ich werde das hochgeladen haben. Und fertig. Ja. Ähm. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen, wie die vorherigen. Und ich glaube, der nächste Teil wird nur daraus bestehen. Also der nächste Part, den ich aufnehme, daraus, wie ich hier diese Kammer bestehe. Und, ähm, ja. Das war es dann von meiner Seite. Macht's gut. Ciao.